Herzlich Willkommen zur neunten thematischen Folge von Neuere Deutsche Literaturgeschichte Online. Sie soll in den Themenbereich Romantik einführen und muss zu diesem Zweck in erster Linie das Verhältnis von Klassik und Romantik erläutern. Der Leitgedanke ist dabei ganz einfach. Klassik und Romantik sind in der deutschsprachigen Literatur nicht als zweigetrennte Epochen zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um Stilvarianten, die für ihr gemeinsames Problem ästhetisch divergierende Lösungen suchen. Insofern wären sie, statt als Klassik und Romantik, wohl besser als Klassizismus und Romantizismus zu benennen, sodass der übergeordnete Epochenbegriff dann unmissverständlich Romantik heißen könnte. Romantik, das ist ja schließlich auch diejenige Bezeichnung, die namentlich in der englischen und französischen Literaturgeschichtsschreibung schon immer für die Zeit ab dem späten 18. Jahrhundert verwendet wird und an diese Praxis lässt sich mit gutem Recht anschließen. Wenn man so will, dann kann der Sturm und Drang als eine Art Auftakt zur Romantik gelten. Schwierig wird es freilich, wenn man nach einem überzeugenden Initiationsereignis für die große Epoche Romantik sucht. Am besten taugt dafür vielleicht eine Reise. In Goethes beinahe zweijährigem Aufenthalt in Italien 1786 bis 1888 kommt jedenfalls das für alle Romantik so elementare Bewusstsein von Modernität schlagend zum Ausdruck. Das Wissen, die Antike nicht mehr problemlos zum Vorbild nehmen zu können. Das sich Neues also nur aus der Distanz zu den Idealen des Altertums noch schaffen lässt. Sehr klar kommt diese Haltung in Goethes sogenannten römischen Elegien zum Ausdruck, die freilich erst nach der Rückkehr in Weimar entstanden sind und 1795 in Schillers Zeitschrift die Hohen erstmals veröffentlicht wurden. Aus Gründen der Dezenz übrigens gekürzt. Sie versuchen, eine klassisch-römische Spielart erotischer Dichtung in die Gegenwart zu übertragen und insofern im Geist der Moderne neu zu begründen. Dass es allemal heikel ist, das Klassische vom Romantischen schlüssig zu unterscheiden, das zeigt sich beispielsweise am Untertitel von Schillers Die Jungfrau von Orléans, die 1802 und damit in der Hochphase dessen erschienen ist, was meist Weimarer Klassik genannt wird. Eine romantische Tragödie Romantisch ist diese historisch ausgesprochen freie Dramatisierung des Schicksals der französischen Nationalheldin Jean d'Arc zum einen, weil sich Schiller dabei wunderbare, das heißt fantastische, beziehungsweise übernatürliche Motive erlaubt. Zum anderen meint romantisch wohl zugleich auch modern. Eine Tragödie eben nicht mehr in antiker Manier und vor allem in diesem Sinn sollte man heute auch von Romantik sprechen. Von der Romantik als einer Moderne, die in allererster Linie verstanden hat, dass alles menschliche Tun der Geschichtlichkeit unterliegt. Den grundsätzlichen Stilgegensatz von klassisch und romantisch illustrieren in Weimar sehr augenfällig das römische Haus, in den 1790er Jahren nach Goethes Vorgaben erbaut, und die im nahegelegenen Belvedere um 1815 errichtete große Grotte, eine künstliche Ruine. Imitiert die Ruine den Verfall einer mittelalterlichen Burg, so steht das römische Haus als Verkörperung des klassizistischen Ideals von Vollkommenheit in Schlichtheit dar. Als Grundform ein Quader, durch ionische Säulen an der Vorderfront symmetrisch geschmückt und von einem gleichschenkligen Dreieck als Giebel gekrönt, dazu dann noch die makellos weiße Farbe und überhaupt nur sparsamer Schmuck mit antikisierenden Motiven. Von solch geometrischer Regelmäßigkeit weiß die künstliche Ruine nichts, suggeriert dem Besucher aber umso mehr das Empfinden von Zeitlichkeit bzw. Endlichkeit. Was die künstliche Ruine insofern auf emotionale Weise vermittelt, das lässt das römische Haus auf freilich rationalere Weise ebenfalls wahrnehmen, sobald man es nämlich von hinten betrachtet. Rückwärts wird offensichtlich, dass sich das Bauwerk auf Säulen stützt, die in grober Manier als dorisch ausgewiesen sind. Das römische Haus also erhebt sich in seiner Eleganz über die griechische Archaik. Ihm ist gewissermaßen die Architekturgeschichte eingeschrieben und auf diese Weise stellt auch der Klassizismus sein Bewusstsein von Geschichtlichkeit aus. Um diesen Stilvergleich von Klassik und Romantik, bzw. von klassizistisch und romantizistisch, nun noch ein wenig fortzuführen. Es ist kein Zufall, dass sich bevorzugte Bildhauerei für eine klassizistische Gestaltung eignet. Antonio Canovas Hebe von 1796 zeigt sich in voller, ganzheitlicher Präsenz. Mit der griechischen Jugendgöttin ist ein antikes Motiv gewählt, das sich von allen Seiten den Blick bietet und mit entspannter Schlichtheit beeindruckt. Die Betrachter freilich sehr auf Abstand hält, wenn sie die Figur als Ganze wahrnehmen wollen. Weit mehr für die romantische Ästhetik prädestiniert ist hingegen die Malerei. Kaspar David Friedrichs Frau am Fenster, um 1820 entstanden, zeigt nur die Rückenansicht einer Frau in gutbürgerlicher Alltagskleidung, die in einem schmucklosen Innenraum vor einer Uferlandschaft steht. Weder ist ihr Gesicht zu erkennen, noch sieht man genau, worauf sie eigentlich schaut, da das Fenster den Betrachtern einen bloß fragmentierten Blick gestattet. Auf einen Ausschnitt der Umgebung und auf einen Segelmaß, den der Fensterrahmen zerteilt. Damit stehen sich hier Ideal und Fragment gegenüber. Canovas Göttin verkörpert Harmonie in Präsenz und bedient sich zu diesem Zweck eines mythologischen, evident fiktionalen Motivs, während Friedrichs ganz und gar realistische Frau den Betrachter ins Bild hineinzieht, indem sie seinen Blick über ihre Schulter hinweg auf die unbestimmte Ferne richtet. Realisiert Canovas Hebe in dieser Hinsicht das klassizistische Prinzip der Schönheit, die sich allerdings nur passiv zur Kenntnis nehmen und bewundern lässt, so aktiviert Caspar David Friedrichs Gemälde das Interesse der Betrachter, die dadurch zum Mitdenken, Mitempfinden angeregt werden, dass ihnen Entscheidendes verborgen bleibt. Das romantizistische Fragment und das klassizistische Ideal. Beide reagieren auf dasselbe gesellschaftliche Problem, das zuallererst der Name Rousseau repräsentiert. Die Wahrnehmung der menschlichen Lebenswelt als defizitär, genauer gesagt als Zivilisation, die gerade durch ihre unbestrittenen Errungenschaften an Naturbeherrschung die Natürlichkeit des Menschen beschädigt haben soll. Im ersten Diskur von 1750 hat Rousseau den kulturellen Fortschritt bereits als fatales Verlustgeschäft bezeichnet. Seine zweite Abhandlung von 1755, die sich mit den Ursachen der gesellschaftlichen Ungleichheit unter den Menschen beschäftigt, präzisiert diese Grundidee noch, indem der eigentliche Missstand nun in der Arbeitsteilung erkannt wird. Seit man Menschen zum Gießen und Schmieden des Eisens brauchte, brauchte man andere Menschen, um jene zu ernähren. Auf diese Weise entfaltet sich die natürliche Ungleichheit unmerklich mit der der Differenzierung. Die durch die Verhältnisse fortgeschrittenen Unterschiede zwischen den Menschen werden fühlbarer und anhaltender in ihren Auswirkungen und beginnen in gleichem Maß das Schicksal der Einzelnen zu bestimmen. In ihrer Gattungsgeschichte hat die Menschheit also zu immer mehr Spezialisierung gefunden. Je mehr man sich auf ein einziges Handwerk konzentriert, desto besser weiß man es auszuüben und immer weiter zu vervollkommenen. Umso mehr verliert man freilich auch die Fähigkeit, etwas anderes zu tun und verstrickt sich so in immer gründlichere Abhängigkeit. Diese Zivilisationskritik ist europaweit aufgenommen worden. Nirgendwo hat man aber so nachdrücklich, so dauerhaft auf Rousseau reagiert wie im deutschen Bereich und an den entsprechenden Belegen fehlt es gerade in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts nicht. Friedrich Schiller etwa macht in seinen 1795-96 publizierten Überlegungen zur ästhetischen Erziehung des Menschen die gleiche Beobachtung. Ewig nur an ein einzelnes, kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus. Ewig nur das eintönige Geräusch des Rares, das er umtreibt im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens. Und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft. Schiller begnügt sich jedoch nicht mit der zivilisationskritischen Diagnose, sondern leitet daraus einen Therapieansatz ab. Was im Alltagsleben verloren gegangen ist, das soll umso mehr in der Kunst ersatzweise wiedergewonnen werden. Die Übereinstimmung des Menschen mit seinem natürlichen Wesen und erst recht die Harmonie zwischen jedem Einzelnen und der Gemeinschaft. Wer beispielsweise einem Konzert lauscht, der wird sich in diesem Genuss ja mit dem gesamten Publikum eins fühlen und keinen kann es stören, dass andere die gleiche ästhetische Freude empfinden. Ausgangspunkt aller Romantik ist insofern der namentlich Rousseau-geschuldete Gedanke, dass die Neuzeit etwas verloren hat, das in der Antike noch natürlich gegeben war. Jedenfalls scheinen die Kunstwerke des griechischen Altertums in ihrer Schönheit noch immer zu demonstrieren, dass der Mensch einst mit sich selbst, mit seinem Wesen identisch war. Nicht aufgesplittert in die Unterschiede der Berufe und Kenntnisse, sondern eine wirkliche Ganzheit. Die romantizistische Lösung geht nun dahin, die Differenz von einst und jetzt von Identität und Entfremdung erst recht ins Zentrum der Kunst zu stellen, um daran den Verlust an Natürlichkeit immer wieder schmerzlich erfahrbar zu machen und so das Bedürfnis nach dessen Überwindung zu erwecken. Die klassizistische Lösung zielt demgegenüber darauf, in neuer Gestalt die antike Ganzheitlichkeit zu wiederholen, um sie für die Gegenwart zu retten. Die defizitäre Lebenswelt wird also mit dem Ideal konfrontiert, um wenigstens im Medium der schönen Kunst das noch immer wirklich sein zu lassen, was in der Realität sonst nirgendwo mehr möglich ist. Die beiden folgenden Abschnitte werden diese ästhetische Alternative nun genauer erläutern und in ihren Voraussetzungen begründen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.